Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo und zwar geht es in dem Video einfach mal um die Zukunft des Kanals Und zwar ist das ja so, dass zur Zeit nur LSBDFA kommt und ich dachte mir irgendwie wird das ein bisschen eintönig Nichtsdestotrotz werde ich das natürlich auch weiterspielen alle zwei Tage, hoffentlich wenn es so weiter geht alle zwei Tage Wie gesagt, ich verspreche da nichts Aber ich finde es ist halt so langsam ein bisschen eintönig, dass auf dem Kanal nur LSBDFA kommt Oder allgemein GTA kommt, deswegen frage ich euch einfach mal, auf was ihr Bock hättet so allgemein Also soll ich, was soll ich halt spielen irgendwie, soll ich mal in Rollercoaster-Tycoon reingucken, was ich eh tun werde, wenn es rauskommt Oder welche Spiele wollt ihr denn, wollt ihr, dass ich mit meinem Cyan zusammenspiele, dann kann ich den dazu vielleicht mal überreden Wieder mal, dass ich mit dem was mache oder wollt ihr, dass ich mehr Livestreame, Livestreame mache Auch gut Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr wollt, ihr könnt auch Sachen zu GTA schreiben, wenn ihr keine Ahnung wollt GTA Mods oder GTA Online irgendwie Oder irgendwie sowas Schreibt einfach mal rein, wir beginnen nämlich so ein bisschen die Ideen aus, was ich denn spielen könnte So was, beziehungsweise was, was, was ihr sehen wollt Ich weiß es ja leider nicht, was ihr, äh, ich kann ja in euch nicht reingucken und deswegen kann ich auch nicht sehen Äh, so, äh, was ihr jetzt sehen wollt irgendwie Und deswegen frage ich euch einfach mal, auf was hättet ihr Bock Einfach mal alles reinschreiben, ihr könnt auch Sachen reinschreiben, die nichts mit dem Kanal zu tun haben So quasi irgendwie, sei mal aktiver auf Facebook irgendwie oder irgendwie sowas Äh, einfach mal, was, was ihr von mir so die nächste Zeit erwarten, beziehungsweise sehen wollt Äh, ich bin auf euer Feedback gespannt Ich hoffe, ihr habt da ein paar Ideen Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag Äh, genießt die heutige LSPD-Folge Wenn ihr es nicht schon getan habt Oder wenn die noch nicht kommt Ich weiß nicht, wann ich es hochlage Äh, wir sehen uns in der Folge Bis dahin, haut rein, macht's gut Tschüss 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 Kontakt emission Café